herzlich willkommen zurück zu castle meiner ohne sie aber mit mir ist das nicht eine schöne ansage ich habe eben gerade schon mal wieder zwei minuten gemacht gehabt hat sich wieder dieses tolle programm bei mir geöffnet das muss man irgendwie da unbedingt weg warum mache ich denn jetzt hier so tief außer ich mache das alles weg ja schön dass ihr eingeschaltet habt und wir müssen heute ein paar fortschritte machen ich gucke auf die uhr so ich hoffe es läuft jetzt alles gut ich hab heute gar nicht mehr so viel zeit aufzunehmen deswegen müssen wir steine klopfen steine klopfen steine klopfen steine klopfen siehst du da kommt dass alle angekündigte singen genau was ich na toll das müssen wir auch noch mal wieder setzen was ich jetzt aber anders machen will ist erstmal eine gute treppe bauen weg machen so schnell noch ein bisschen mehr weg machen damit sie nicht ganz stört als wird stören so wie fixen grund steine zu kappen genau hier treppe da oder stein wo ist da so man kann ja auch ein man kann ja auch zwei springen hier aber soll das brauchen das gefällt mir auch nicht das gefällt mir auch nicht und das auch nicht schön stück kohle in der hand zum prikett so und ich wollte jetzt nicht einfach nur so ein block da stehen haben jetzt haben wir nur ein eingang egal machen wir hier noch im zweiten so ein bisschen holz habe ich auch da können wir hier mal kurz produktiv sein kann ich muni bauen an die messinggehäuse ok könnte ich bauen schön holz packen wir hier rein stein haben wir da kohle haben wir hier so die pack nach vorne pick axt haben haben wir hier noch was wir haben wir dann noch stein pick axt müssen wir die machen wir mal schnell machen wir schnell fertig gleich das juckt fackeln haben wir uns schon ein paar gemacht letztes mal materialien komponenten stöcker brauche ich nicht was wollten wir denn wir haben mal geguckt ob wir hier so lampen türen was ist mit türen aber ich eisen dabei auch eisen brauchen eisen ok eisen ich hier erstmal stein axt weil ich will ist das richtig hier ab hier oh wie lahm hauptsächlich schnell kaputt so genau das was das was soll das hier ab welcher stufe habe ich das jetzt da gemacht da 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 also hier man kann hier auch was mir jetzt gerade wieder einfällt auch nur ganze ganze steinblöcke bauen nicht irgendwie ach komm was soll das weg damit keine stufen oder halben oder so was ich allerdings cool ist cool fit ist dass die wiki direkt hier mit bei ist das ist geil geh kaputt geh kaputt wie lange das dauert so ab denn was ist hier denn was ist hier denn kaputt können wir ja eigentlich direkt klatsch 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 ach scheiße das geht gar nicht so schnell können wir uns hier schön toll wieder umgeschränkt vorher nein nicht da kein glück hat ich hab die wand schon mit angehauen kaputt geht doch können wir ja nicht erst mal klatsch klatsch zack oh, die habe ich ja schon ordentlich geklatscht zack, zack machen wir das gleich mal ordentlich hoch Fenster zack, zack, zack zack so, geil, immer die ganze Zeit zack, zack zack, zack da soll zu bleiben, da kommt aber noch weg also muss ich hier hin klatschen klatsch, klatsch ist das die richtige Höhe? ja so ok die Höhe ist gut hier ist falsch na gut, da muss ich halt hier weg machen ah toll, da hätte ich gar nicht weg machen müssen aber so das kommt ja noch weg klatsch 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 und dann halt so, ja so ist cool so ist geil aber das muss weg aber jetzt sieht der scheiße aus naja gucken wir mal später so oh mit der Eisenpickachs geht es voll gut besser als mit dem blöden Stein deswegen müssen wir jetzt auch unbedingt nochmal Eisen finden das könnte auch echt mal Tag werden oh das Fenster ist auch zu hoch das ist immer noch zu hoch wenn ich es da weg mache ah ne, so ist es richtig weil das ist ja schon die Tiefe kleine Unterweichung gab es so da hat das Telefon geklingelt aber wir haben auch fast schon wieder eine Folge rum wenn wir hier oh das Fenster gefällt mir überhaupt nicht da und dass es keine Scheiben gibt noch weniger so jetzt haben wir erstmal die Tiefe gemacht das geht mir glaube ich hier das Fenster ist cool aber da müssen wir da oben noch was hin klatschen klatsch, klatsch so besser dann kommt keiner durch dann können wir jetzt ja eigentlich schon klatsch, klatsch, klatsch oder? da mal eine Decke drauf klatschen klatsch, klatsch, klatsch klatsch, klatsch klatsch, klatsch aber wir müssen uns auf jeden Fall oben am besten da denn so am Fenster hier so wäre cool also dahin klatschen, da freilassen aber dann nicht so direkt sondern da so klatsch, klatsch klatsch, das wäre cool so, da müssen wir denn na toll, jetzt ist es genau vorm Fenster na gut dann haben wir wenigstens die Ausrede dass das Fenster aber dann ist es nur eins ist zu wenig, ne ja eins ist zu wenig so besser dann haben wir dann können wir hier hin nämlich na komm schon so klatsch klatsch, klatsch klatsch klatsch, oh das ist richtig schlau gewesen klatsch wenn wir jetzt hier noch einen hinklatschen ähm und da und da komm ich da nicht hoch richtig durch ach lass mich hoch ja so geht's klatsch, klatsch jetzt machen wir das doch noch schnell klatsch 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 ach wie cool das macht schon wieder spaß zu bauen ich baue gerne und das wird Tag es wird irgendwo Tag es wird hell glaube ich so dann müssen wir denn hier noch einen hinbauen da noch einen hinbauen da und dann haben wir mitten im Raum eine Treppe das ist aber traumhaft vielleicht können wir die denn aber so machen dass wir die wenigstens so und wenn ich jetzt da oben da okay oh das wird ein spaß hier hochzukommen ich klatsch da mal einen hin hier das fenster das gefällt mir überhaupt nicht ach sehen wir es hier noch voll viel schnoddersens so das sieht doof aus so denn er und dann er klatsch und klatsch so oder und die seite können wir so lassen hier klatschen das noch weg und hier äh bin ich runter gefallen na komm da so wie weit haben wir da geklatscht bis runter hab ich da auch bis runter ja also auf der Ebene hier auf der nicht auf der auf der also ist das jetzt richtig ist bestimmt zu tief oder ist das jetzt zu tief ich sehe es nicht auf der Ebene wo ich bin muss es sein aber ich weiß nicht da hält es auf okay also ist das zu viel klatschen ich muss hier auch wieder Sachen klatschen das nervt doch voll so 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 und auch hier schnell weg machen das machen wir schnell weg und das muss ja mache ich mal eine Pause hier und dann brauchen wir Eisen in der nächsten Folge so sieht das aus ich muss hier weg machen, weg machen, alles weg machen machen, alles weg machen so zack klatsch 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 und dann machen wir klatsch 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 Das macht schon Bock da habe ich Bock drauf ey das ist echt cool Ich mag ja auch bauen mit der Abwechslung ein bisschen rumballern fahren wär noch gut aber da weiß ich echt noch nicht wie sich das hier verhält klatsch klatsch oh jetzt habe ich mich eingeengt dann macht er so klatsch 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 dann können wir auch hier schön besser oder jahre hier das auch noch kurz weg klatsch ja so ist doch schon ganz geil das mit hier oben das weiß ich noch nicht so richtig aber ich lasse hier eine coole aussicht hier eine gute aussicht jetzt gucken wir uns noch mal jetzt kommen wir uns das noch mal von hinten an wie es aussieht ja das kann man schon machen erst mal so als so kleines ding oder das geht doch na gut dann hören wir jetzt auf bis zur nächsten folge leute tschüss